Wir sind heute da bei einer Familie und da ist ganz etwas Tragisches passiert. Bei einem Verkehrsunfall ist der Ehemann leider verstorben und hat eine Frau und drei Kinder zurückgelassen. Die Familie hat auch zwei Pferde. Aber es ist halt wirklich gerade richtig schwer für die Familie und die hat uns eben ganz ein dramatisches E-Mail geschrieben. Weil es geht nicht nur um Tierschicksale, es geht auch um Menschenschicksale, wenn wir Rettungen machen und gerade in diesem Falle war das für uns richtig, richtig wichtig, dass wir sofort helfen und haben gleich das ganze Team zusammen getrommelt, dass wir eben schnellstmöglich herkommen können. Ich spreche jetzt im Namen der Frau, weil natürlich, wir verstehen das total, die möchte jetzt nicht vor die Kamera und ihre Geschichte erzählen. Für die Frau war das jetzt natürlich auch eine Belastung, wenn es jetzt auch noch die zwei Pferde hat, weil sie jetzt sowieso mal schauen muss, wie sie generell mit allem klarkommt, mit Kinderversorgen, dann die ganze Finanzierung. Es ist natürlich auch, da hat man dann auf einmal plötzlich alleine ein Haus, ein Haushalt und es fällt ein Verdiener weg von der ganzen Familie. Also es ist natürlich auch eine sehr große finanzielle Belastung. Der Transport ist sehr kurz, das ist gut, der ist unter 50 Kilometer. Das ist für das Pferd jetzt machbar. Das sind der Kyros, der ist 30 Jahre alt und die Chincha, die ist 13 Jahre alt. Wir haben ganz speziell geschaut, dass wir gleich in der Nähe von der Familie einen Platz für die Pferde finden. Das ist in diesem Fall Eiffeldorf. Weil die Pferde auch für die Familie in dieser schweren Zeit eine große Stütze sind, damit die auch jederzeit hin können, vor allem auch die Kinder. Und wir freuen uns sehr, wenn die Familie dann auch zu uns nach Eiffeldorf die Pferde besuchen kommt, damit die Pferde ihnen auch noch in dieser Zeit besonderen Trost spenden. Und ja, wir freuen uns sehr. Das ist halt auch der wichtigste Argument, ist immer, dass ich der Besitzerin auch helfen kann. Dann war für mich klar, wem man helfen kann, helfen wir. Wir machen Platz, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Wir machen die Pferde und währenddorf. Das ist ganz klar. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.